Und er hat auch meinen Salas Salat gefressen. Du frisst doch nicht etwa den Salat von Opa Wutz, oder? Nicht, wenn es so leckeren Scheiß zu fressen gibt! Kommt, hier geht's nach Hause! Peppa? Schorsch? Ja, bitte, Oma! Hier, bitte, ihr Hühner! Meine Frau, nein! 70% 1 1 2 2 2 1 2 3 Aua! Mama Buh! Mama Loss! Sus! Falschrotte, los ich nicht bille in der Molacken. Erzähl uns eine Geschichte! Falschne adivial, gese tibsche finde wunderbar. Du gussert... Wir schlafen erst nach der Geschichte! Na schön, also es war einmal ein... Ein kleiner Junge, der hieß Petropopo und der fand eine Zauberbohne. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten bitte. Hier, bitteschön. Genießt alle Scheiße zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Be 피hrein. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Schicksal. Ich bin in Gefahr. Bis zum nächsten Mal.